Hallo und Herzlich Willkommen zu einem Let's Play Battlefield 3 Ja und zwar ist das denke ich meine Let's Fail Folge, weil ich habe dieses Spiel noch nicht oft gespielt, da ich erst vor kurzem neu erworben habe Zocken einfach mal Okay Wollen wir mal gucken, was wir hier so gucken können Ich kenne mich nämlich, das fühlt noch nicht so gut aus hier Und die Karten absolut nicht Ich weiß sogar nicht wohin, was und wo Wahrscheinlich werde ich mehr sterben als alles andere Aber ist ja nicht so schlimm Übungen macht den Meister Wow Oh Oh Mit der Maus muss ich aber erstmal Oh, der Wald fehlt Klacko Mal gucken, gucken, gucken Ich habe ihn zumindest getroffen Er blutet Ja Er blutet Blutestark Ich komme wieder Ich komme wieder Kann man hier auch Oh Ein Riss in der Straße Ich laufe jetzt einfach mal hier lang Ich laufe jetzt einfach mal hier lang Zumindest mal sterben Ich mache das Oh 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 Panzer? Gibt es hier schon Fahrzeuge? Auf der Karte? Weiß ich gar nicht Crouching Wahrscheinlich werde ich gleich von irgendjemandem wieder Übelst erschossen Habe ich jetzt hier eine Granate? Ne Habe ich nicht Habe ich nicht Ja doch Oh, schön hinwornen Ja doch bestimmt einer drin Leute, ganz ehrlich gesagt was muss ich hier machen? Ich muss gar nicht nach so Punkt, da oben analyze Schön hätte mir vorher die Beschreibung durchlesen sollen. LOL. Na gut, kann man nichts machen. Kann man ja nichts machen. Hm, 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 hm. Gut. Strange. Ah. Wow, 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 wow. Kann ich ihn lang? Wow. Wow. Ich fahre mal quer durch die Straße. Sollte man vielleicht nicht durch das Loch fahren. Ich bin sogar zu nubig. Wisst ihr, ich gucke jetzt mal, wo bin ich denn hier? Okay. Guck mal, dass ich hier kein von meinen Mitspielern platt fahre. Nein. Hat der mich ... ach so ... läuft der Hase ... ich hab schon ein paar Punkte ... gut, gut. beitreten. Ich hoffe, der Gameshaut ist nicht zu leise ... ich hab den jetzt gerade nicht so laut ... ich bin so ein ... Achtung, von hinten ... Ja, bla bla bla, bla 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 ... Gibt's hier kein Squads? ja doch muss 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 los geht's rabatt bin ich blind oder war ja bin ich nicht ich bin mega blind ich brauche gleich ein bisschen ein bisschen mehr Kaffee um beutreten sterben beutreten und sterben aber ehrlich gesagt gerade ein bisschen Schwierigkeiten mich zu orientieren also technisch hier jemand zu sehen ach ich bin noch hier Nachschub ich habe da jemand gesehen nein schon wieder der Kamping Camper egal Jürgen macht den Meister sagt ich doch schon vorhin schon vorhin schon weißt du was ich jetzt mache ich nehme jetzt den Braten ein ich ich bin es ist Ich bin so blöd, ehrlich. Ja. Mega, Noob. Boah, siebenmal schon gestorben. Hat sich bestimmt mal eine Karre geknallt. Gekrallt. Ich fall jedes Mal in dieses scheiß Loch. Bin ich ein Kack-Noob. Noobie. Oh, scheiße, eine Granate. Ja, ist klar, weiße, 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 ich hab wahrscheinlich gar nicht getroffen. Noobie. Oh, danke. Sehr dick. Bitte hilf, dein Team hat verloren. Ja, das dachte ich mir. Na gut. War eine gute Runde. Ich glaube, wir spielen, ach, ja, wir spielen gleich mal ein bisschen weiter, denke ich mal. Ich mach dann jetzt erstmal einen Cut. Event. Und dann geht's gleich. Volta. Ne. Genau. Bis gleich.